ARD Text im Auftrag von Funk Was ist los? Los! Wo sind wir? Nominiert! Warbrennt, was tun wir jetzt? Jetzt sind wir nominiert, dann müssen wir uns einverlassen. Lassen wir gleich WhatsApp aus. Dann machen wir, dass bei dir da geht. Bei dir war die Beste der Kirchen, da du hast einen Pullen aufstehen. Hol, Wander, da haben wir ein Holz! Seid, wie wir schauen es aus! Die gehen gewaltig. Metrik anschneiden, dann scheren wir schon. Haben wir am Abend das Wasser. Auf geht's! Obst, komm! Auf geht's! Ach, aber da hast du noch gesaugt! Oh mein... Auf geht's! So, und hergache, wir wollen uns an den Augen alle die Barmer verbucken und auf geht's in so eine Grillpool-Challenge! Das ist Heimald! Auf geht's! Sehr gut, dann haben wir uns gelohnt. So, das geht gut! Einhaulos-Wassern und ist erlös. Ich kann nicht nachdenken! Ich kann nicht nachdenken! Ich kann nicht nachdenken! Ich muss glaube, dass ich mich schon einmal geschaffen habe. Jedes Mal unser Schlag für die Berge, die verglüht im Abendslot und die Treue zu der Murmacht, das ist das oberste Gebot. Jedes Mal unser Schlag für die Berge, die verglüht im Abendslot und die Treue zu der Murmacht, das ist das oberste Gebot. Die Verglüht im Abendslot und die Treue zu der Murmacht, das ist das oberste Gebot. Die Verglüht im Abendslot und die Treue zu der Murmacht, das ist das oberste Gebot. Die Verglüht im Abendslot und die Treue zu der Murmacht, das ist das oberste Gebot. Tidl, ich glaube, wir haben die Grillpool-Challenge erfolgreich absolviert, wir haben Wurst da gehabt, wir haben einen Pool da, Dankeschön, Saibi nochmal und ein großes Dank an den David. Danke, David. Hallo, David. Der David hat das alles für uns gemacht, gewaltig und weiter zu Nominierungen darf ich mit Papa weitergehen. Ja, ich möchte gerne mal anhängen an Dami, was er gemacht hat oder gesagt hat, Tidl, Dankeschön für die Nominierung. Es ist zwar ganz eine Scheißzeit, Lappen kalt ist, aber wir scheißen jetzt natürlich nichts um, wir haben die Nominierungen gemacht, wir haben ein gutes Bier. Hauwandel! Wir haben einen guten Wunsch! Hauwandel! Ja, wie es so, jeder Nominierende dazugehört, sollte weiter nominiert werden, wir haben es entschlossen, wir haben in den Ausschuss geredet, wir nominieren keiner mehr. Eigentlich wirklich auf die Grillpool-Challenge, sondern auf eine Spende, die wir jetzt auch machen werden. Wir däten, das Gast heißt Preu, den Vollos, mit dem Nihat und dem Murat, dass der eine Kleinigkeit spendet, eine Pizzerie Del Sole, der Eihahn, Sekven, dass der eine Kleinigkeit spendet. Und eventuell haben wir uns gedacht, der Aachenstübel hat eh schon eine Kleinigkeit dazu beitragen, vielleicht spendet der Bruder, mein Bruder, der Martin, mit dem Aachenstübel auch noch eine Kleinigkeit. Wir wollten nicht richtig jetzt nur jemand nominieren, wir möchten das jetzt, dass das langsam auch hört. Vielleicht geben wir eine kleine Geldspende an Innser nominieren, was wir jetzt machen. Zwischendurch soll ich mal ein Schluck Zipfer! Mache ich eine Spende für 1500 Euro an einem behinderten Kind in Barmkirchen. Auf der Seite tauscht, Mönda! Wohin!